Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen wie Sie den PC trotz geöffneter Programme herunterfahren können. Manchmal möchten Sie den PC herunterfahren und dann kommt die Meldung, dass noch mehrere Programme oder folgende Programme geöffnet sind und diese müsste man zuerst beenden. Manchmal ist es aber auch möglich, dass man den PC herunterfährt trotz geöffneter Programme und er fährt von alleine wieder hoch. Dafür gibt es ein kleines Tool, eine kleine Registered-Datei, die wir hier haben und diese muss man eigentlich nur doppelt klicken zur Registering hinzufügen und schon wird der PC jedes Mal heruntergefahren, auch wenn Sie Programme geöffnet haben. Wir versuchen das Ganze einmal und starten hier mal Word. dann öffnen wir zum Beispiel auch noch Excel und wir öffnen noch zusätzlich unseren Internet Explorer. Jetzt haben wir diese drei Programme offen und jetzt füge ich die Registrierungsdatei hinzu. Das heißt, doppelklicken, dann kommt die Meldung, ob wir das Ganze hinzufügen wollen. Möchten Sie den Fortsetzen? Natürlich wollen wir das Ganze mit Ja bestätigen. Schon wurde das Ganze in die Registrierung Registrierung hinzugefügt. Das heißt, wenn wir jetzt unseren PC herunterfahren wollen, dann müsste das ohne Probleme funktionieren und das probieren wir jetzt auch aus. Ich mache jetzt das nächste natürlich mit dem Handy, das Video. Ich kann ja nicht aufnehmen, während ich den PC herunterfahre. So, also ich gehe hier herunterfahren, wie Sie sehen.